Und jetzt vielleicht noch ein kleiner Punkt, diese Arbeit, die Außenwelt existiert so in unseren Gedanken, wie wir diese Außenwelt wahrnehmen. Das heißt, die Sinnesorgane, die sind nichts anderes als Nervenimpulse. Ob das jetzt die Haut ist, die Finger, die Augen, die Ohren, das ist quasi alles Strom, die Mikroimpulse. Und aus diesen Impulsen, aus diesen Stromimpulsen, baut das Gehirn dieses Bild zusammen. Die Geräuschkulisse, die Bilder, die wir sehen, die Sachen, die wir fühlen, mit der Haut, mit den Fingern. Was wir schmecken ebenfalls, sind auch nichts anderes als Nervenimpulse. Und das Gehirn baut letztendlich das Bild des Ganzen dadurch auf, aus diesen Nervenimpulsen, ob uns etwas gefällt oder nicht gefällt, ob uns etwas schmeckt oder nicht schmeckt, kalt oder heiß, ist auf der physischen Ebene alles das Gleiche. Es ist nur ein kleiner Stromfunken. Das heißt, dass unser Gehirn, wir selber uns diese Realität bilden, aus den Empfindungen. Und es gibt dazu sogar im Film Matrix ein kleines Beispiel, wo ein kleiner Junge einen Löffel verbiegt und dann sagt er zum Neo, es gibt keinen Löffel, du bist der Löffel. Also diese Veränderung der Realität oder Manipulation sogar mit der Realität ist die Sache von uns selbst, also von unserer Wahrnehmung, von der Arbeit unseres Verstandes. Okay, so, ein bisschen mit diesen Gedanken. Arme hoch über den Kopf zusammen, vorne in der Mitte runter. Dreifaches Mantra um, ein. Am. Am. Aaaaaaaaaaaaaaahhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh verbeugen uns nach vorne einatmen langsam zurück, wieder aufrichten Schultern öffnen und Kopf nach unten, Kopf zurück einfach so auf der geraden Linie runter und auf und wir machen heute auch am Anfang wie letztes Mal ein bisschen mehr Augen Nacken auch andere Muskulatur Kopfbereich, Hals-Zungenbereich okay auf und runter einatmen, aufrichten nach links, nach rechts jeweils ein Ohr runter zur Schulter einatmen, nach oben raus wachsen wieder nach links, nach rechts Schulterblick, aber nicht allzu weit arbeitet hier eher mit den Augen das hier mit dem Kinn zur Schulter geht und die weitere Bewegung mit den Augen nach hinten macht andere Seite, Kinn zur Schulter und Augenbewegung nach hinten okay, Mitte gleiten, also fort zurück als ob man auf einer Tischkante gleitet fort nach hinten okay und dann auf dieser Tischkante vorgestellten Bleistift diesen Bleistift heranziehen also so kreisen den Kinn nach links die Bewegung bleibt und dann gehen wir langsam nach rechts und ganz langsamer Halbkreis jede Drehung ein kleines bisschen weiter und sind nach und nach rechts angelangt und hier zurück nach links okay Mitte Ausgangsposition Arme raus über dem Kopf zusammen ineinander nach oben hochstrecken Bauch zurückziehen und linke Seite mehr ausstrecken rechte Seite mehr ausstrecken langsam beginnen und dann beim zweiten Mal schon ein bisschen intensiver hochziehen ein auf aus seitlich runter hier die Hände Fingerspitzen am Boden nicht die flache Hand sondern Fingerspitzen nach vorne rausdrücken Brustkorb zurück Kinn runter nach vorne Brustkorb rausdrücken Schultern zurück runter ein aus und das Becken das rollt auch wie so eine Walze so ähnlich vor und zurück gleichzeitig so wir haben Arbeiten Brustkorb Brustwirbelsäule und rollen das Becken auch mit okay da sollte auf den Sitzhücken auch diese Drehung spürbar sein ein vor auf aus runter ein aus ein aus ein aus okay Ausgangsposition hier die Hände auf den Knien langsam aufrollen in einer Spirale zuerst ist der Kreis klein und dann gehen wir immer weiter jeder Kreis wird größer weiter auseinander tiefer runter weit zurück und die Spirale geht wieder zu die Kreise jedes Mal kleiner in der Mitte in der Mitte hochschlängeln als ob die Wirbelsäule wie eine Schlange auf eine Stange hochklettert also so ganz klein mit dem Zug mit der Windung nach oben okay andere Richtung klein in einer Spirale aufgehen und maximal größer Kreis maximal zur Seite weit vor und langsam wieder kleiner in der Spirale und dann wie eine Schlange die auf eine Stange hochkriegt hoch klein kleiner Kreis kleine Bewegung maximal nach oben okay sehr gut wieder ausgerichtet und gerade weiter mit den Augen hoch runter zwei drei vier maximal die Augen verdreht fünf sechs sieben acht neun zehn schnell blinzeln noch noch schneller fest die Augen zusammen knifeln weit die Augen öffnen so ein starren weit auf und wieder locker ganz normal schauen okay von links nach rechts das gleiche maximal in die Augenwinkel zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn okay blinzeln fest zusammen knifeln weit die Augen öffnen weit so ein starrer Blick okay als nächstes vorne ganz weit auf der Wand so einen kleinen Minipunkt sehen irgendwie die Augen auch so ein bisschen zusammen knifeln fokussieren maximal weit und dann auf die Nasenspitze fokussieren okay maximal nah maximal weit nach vorne vorgestellt Horizont irgendwie am Horizont so ein kleiner Baum kleines Pferd Nase Horizont Nase Horizont Nase wieder schnell blinzeln gleich zusammen knifeln die Augen weit öffnen okay und locker als nächstes erkläre ich welchen Muskeln wir dienen es muss hier ziehen über die Wange und bis runter zum Schlüsselbein okay dazu strecken wir die Arme nach oben und tun erstmal die Schultern also nochmal die Bewegung wieder vor die Schultern vor die Schulterblätter auseinander Schultern zurück Schulterblätter zusammen vor und zurück die Schultern vor die Schulterblätter die fahren so am Rücken auseinander zusammen auseinander zusammen das muss man spüren vor auf okay und hoch jetzt die besagte Übung Lippen nach vorne wie beim Handkuss und nach links oben ausstrecken und den Mund auch verdrehen nach links damit es wie gesagt die Wange und hier runter dieser klachen Muskel bis runter zum Dekolletier gedient wird und die Fäuste ziehen vor Mitte und nach links Fäuste ziehen vor nach rechts zur anderen Seite und den Mund auch verschieben nach rechts maximal so dass die Wange bis runter zum Schlüsselbein zieht okay und wieder nach vorne Arme ab hoch einatmen nochmal ausstrecken linke Ellbogen hoch rechte runter mit dem Oberkörper mitgehen linke Seite aufmachen mehr weiter nach unten auf hoch einatmen ausatmen und runter mehr auf hoch nach rechts und strecke hier dabei maximal und intensiv nach oben drück dich mit beiden Armen vom Boden weg und drehe zum Schluss noch etwas intensiver und Kinn zur rechten Schulter jetzt komplett die Drehung so weit wie es geht und atme aus noch ein paar Millimeter einatmen fort ausatmen einatmen nach links das gleiche zur anderen Seite die Arme unterstützen die Drehung drücke dich mit beiden Armen vom Boden weg als ob du das Becken losreißen willst vom Boden und ausatmen noch ein bisschen mehr und wieder zurück ok dann legen wir uns so hin die Füße schauen nach vorne in meine Richtung ein paar Übungen so flach auf dem Boden rechtes Knie heran zum Bauch einfach zuerst das Knie in den Bauch drücken durch atmen greife jetzt mit der rechten Hand den rechten großen zieh rechte Hand rechter großer zieh und strecke das Bein nach oben aus so weit wie es geht und versuche das Bein auch im Knie durchzustrecken kannst natürlich auch mit der linken Hand auf das Knie so bisschen drauf um das intensiver aufzubauen mehr aus ein und bewege jetzt das Bein das steht jetzt Richtung 12 Uhr auf 1 Uhr so quasi im Uhrzeuge sind das heißt nach außen 2 Uhr 3 Uhr die Schultern bleiben fest auf dem Boden Kopf nach links Richtung linke Hand der Blick und das Bein nach außen ausgestreckt im Knie möglichst im Knie durchstreckend die Übung machen wir oft auch im Stehen aufrecht hier im Liegen ist es ein bisschen einfacher auf wieder Knie wieder zum Bauch und diesen Fuß den wir jetzt angewinkelt haben auf das linke Knie der rechte Fuß am linken Knie und das Becken so ein bisschen aus der Seite nach rechts versetzen also Achtung Becken nach rechts rechtes Knie schaut zur Decke die Arme wie ein T oder wie ein Kreuz nach links rechts Hände auf dem Boden und jetzt überkreuzt die linke Hand greift den rechten Knie überkreuzt linke Hand rechtes Knie und dreht das Knie jetzt nach links nach links und strecke so die Rückenmuskeln und Blick geht nach rechts zur rechten Hand und spüre da die Arbeit im Rücken in der Wirbelsäule entspannen mehr versuche durch Entspannung das Knie noch weiter zu drehen jetzt wenn wir jetzt die Uhr hätten drehen wir jetzt das Knie auf 11 auf 10 Uhr weiter Richtung 9 Uhr und Blick auf die rechte Hand in den Bauch atmen ein hoch zurück und Becken wieder in die Mitte beide Beine ausgestreckt so der Körper eine komplett gerade Linie und jetzt folgende Bewegung wir gehen mit einer Ferse tiefer andere Ferse tiefer eine Ferse tiefer zweite Ferse tiefer ok und spüren so wie das Becken sich auch mit bewegte Hüften rauf runter gehen ok als ob du mit einer Ferse naja wo drauf drückst im Autogaspedal eine Ferse andere Ferse ok sehr gut beide Arme über dem Kopf zusammen die Arme nach oben Füße nach unten gleichzeitig so auf eine Linie durchgestreckt atmen aus strecke jetzt mit den Armen hoch zur Decke Schultern vom Boden gelöst noch ein bisschen höher einatmen ausatmen Arme parallel nach vorne zu mir in meine Richtung genau die Bauchmuskeln sind aktiv Füße zusammen Hände zusammen ein bisschen höher wenn es geht wenn es geht ein bisschen auf ok halten sehr gut genau super und dann wieder ab und die Arme wieder öffnen hier tief ein ausatmen linkes Knie zum Bauch beim Ausatmen bringe das Knie noch näher ran beide Arme halten das Knie fest greife mit der linken Hand linke Hand linkes Bein Bein nach oben ausstrecken im Knie durch strecken hier unterseite war der Kniekehle ausgestreckt hier maximal ok und das Bein ist von 12 Uhr nach 11 Uhr 10 Richtung 9 Kopf schaut nach rechts in die andere Richtung strecke das Bein im Knie möglichst durch beide Beine in dem Knie möglichst durchstrecken Bauch auf ab beim Atmen und dann das Bein wieder zurück anwinkeln wieder kurz auf den Bauch drauf gedrückt auf und den Fuß jetzt auf das rechte Knie Becken nach links Becken jetzt nach links aus der Mitte verschoben rechte Hand nach oben über Kreuz wieder und drehe das linke Knie jetzt auf 1 Uhr 2 Uhr Richtung 3 Uhr runter wichtig dass beide Schultern auf dem Boden bleiben und blicken nach links zur anderen Richtung zur linken Hand entspanne und lasse die Entspannung arbeiten lasse den Körper durch Entspannung noch weiter bewegen und lange wieder zurück Fuß runter beide Füße gerade Arme über dem Kopf zusammen einatmen eine Linie dann senkrecht nach oben ausatmen Schultern hoch hier einatmen nach vorne ausatmen wieder die Bauchmuskeln Füße zusammen Hände zusammen auf höher niedriger und langsam ab Arme links rechts raus tief ein und langsam ausatmen ok jetzt die Beine senkrecht komplett beide nach oben entweder Knie anwinkeln dann ist es leichter oder durchgestreckt nach oben 90 Grad Füße auf runter ok halte jetzt die Füße zusammen die Arme bleiben wie bei einem T oder Kreuz weit auseinander und jetzt die Beine drehst du mit dem Becken zusammen Richtung rechter Arm und den Kopf nach links nur so weit wie es geht die Füße sollten jedes Mal in der Luft bleiben auch wenn du ganz tief bist nicht aufsetzen in der Luft ein wieder zurück senkrecht aus nach links Kopf nach rechts Schultern am Boden ein auf ausatmen ein aus nach rechts Kopf links Knie durchstrecken Füße berühren sich ein hoch aus nach links ein hoch Knie am Winkel am Boden absetzen und setze die Füße jetzt ja Schulterbreit ungefähr ab die Füße ok die Knie sind leicht offen Knie schauen aber spitzen nach oben zur Decke und bewege jetzt abwechselnd ein Knie zur Ferse des anderen Fußes auf und Knie zur Ferse des ersten Fußes ok so nach links nach rechts machen machen wir meistens zum Schluss vor der tiefen entspannung hier nochmal am Anfang in der Aufwärmphase ok beide Knie zum Bauch und Rolle auf und Ausgangsposition sitzen gut eine Übung noch für die Augen Füße heran Oberkörper senkrecht Zickzack Linie von rechts ober ich du jetzt mit dem Finger an hier geht nur mit den Augen eins zwei langsam runter drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn von unten springen wir nach links oben und von links oben Zickzack Linie runter eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn schnell blinzeln wieder weit auf und ganz normal zu ohne zusammen zu kniffen Augen hoch Richtung zwölf Uhr rollen dreimal gegen den Uhrzeigersinn langsam eins zwei drei hoch Richtung zwölf Uhr im Uhrzeigersinn langsam eins zwei drei ok gut kurz kapalab heute zehn zwanzig mal wirklich nur ein bisschen um sich wieder ja um die Kanäle zu reinigen so rum so ist besser ok zehn zwanzig beide knöchel kopf rückseite reiben voll durch reiben oberhalb bis es leicht warm wird oder oberhalb der höchste Punkt scheiter hier so alles energetisieren beide Hände an der Kopf rückseite und jetzt die Haut verschieben mit den Haaren also nicht auf den Haaren rutschen sondern die ganze Kopf haut links rechts bisschen höher oben weiter vor vorne an der Stirn links rechts und vorne links rechts und vorne an der Stirn gehen wir jetzt auf runter also auf runter auf runter die ganze Kopf auf runter wieder wieder zurück mehr mehr und dann schon fast am Nacken ok was das für Übungen sind unter anderem wir haben die Faszien und die Faszien die hier beginnt die geht runter über den ganzen Rücken und die geht über die Rückseite bis in die Füße und manche Leute die halt Nackenschmerzen haben dann gehen sie zum Arzt wegen Nackenschmerzen haben aber hier Probleme weil das durch die Faszien zusammenhängt und dann können die so oft wie sie wollen ihren Nacken heilen oder massieren das kommt immer wieder ok und da ist diese Faszien eben auch ok geht bis nach vorne gut dann bitte auf irgendwie falsches Schuhwerk oder dass man den Fuß falsch setzt das gibt es auch dass man die Füße falsch setzt und es ist eine viel Belastung im Körper entsteht dabei aber wir machen jetzt Tadasana wir machen jetzt klassisches Hatha Yoga weiter Arme raus links rechts mit dem Kopf hochstrecken Daumen in der Faust Brustkorb nur kleines bisschen vor Bauch kleines bisschen zurück Knie zurück und hoch schieben oder hoch ziehen die Kniescheibe Päuste stärker runter Arme durchgestreckt dann wieder lockern ausschüttern hoch zusammen Chimia fürs Gleichgewicht ausstrecken Handflächen genau sehr gut Finger durchbiegen höher kommen links rechts mal mehr hier mal mehr dort ein aus kurz die Schultern lockern zurück und vor dass der Brustkorb locker wird raus die Spannung ein bisschen ausschütteln Baum Brickshasana egal linke oder rechte Seite wie es euch lieber ist ich mache links zuerst Hände am Brustkorb Position 1 Position 2 Arme über den Kopf Bian für dich guck mal schau dass du probierst so zu stehen auf jeden Fall das Knie raus drießt und der Fuß geht ganz innen und ein bisschen höher genau okay muss nicht oben sein wichtig ist hier auf einem Bein zu stehen dazu machen wir die Übung um den Körper in Balance zu bringen das Gleichgewicht hier nochmal auf höher Arme auch durchstrecken genau maximal groß werden aus langsam nach unten Fuß nach unten beide Füße zusammen rechts fort und den Baum nach rechts Fuß innen Knie raus Hände zusammen zuerst am Brustkorb oder gleich über dem Kopf wie ihr wollt Brustkorb und dann über dem Kopf es ist auch in Ordnung und ganz normal dass man halt wenn man raus kommt nochmal probiert raus kommt nochmal probiert immer wieder dass man so nach und nach übt hier einmal hoch einatmen ausatmen Fuß runter vorderer Bereich Matte einatmen mit den Armen im Kreis zurück und hoch fest hoch strecken zu decken aus ab die Knie anwinkeln geh mit dem Bauch auf die Oberschenkel drauf greife um hier die Vaden oder die Fersen als nächstes die Uttanasana die Beine ordentlich durchstrecken komme mit dem Becken mit dem Steißbein höher atme ein komme mit dem Kopf tiefer runter intensives dehnen Beinrückseite und noch intensiver ausstrecken nochmal mehr oder stärker raus Hände am Boden links zurück rechts zurück flanke hier ist wichtig dass das Becken auf einer Linie steht und jetzt machen wir folgendes mit den Händen mit den Füßen probierst du die Matte so auseinander zu ziehen das wird natürlich nicht gehen du hast festen Bodenkontakt aber in der Muskulatur im Inneren ist diese Bewegung also als ob man die Matte so und mit den Füßen auseinander zieht entspannt die Bauchmuskeln dabei versuche so zu arbeiten die Bauchmuskeln und Schultern Beine angespannt und wieder lösen wieder auseinander ziehen und wieder lösen zurück Finger krabbeln vor durchstrecken tief ein aus noch tiefer der Bauch und der Brustkorb die Finger noch weiter vor ein aus ein auf Hände zusammen nicht zusammen hier unter die Schultern Knie näher zusammen Füße weiter raus atmen Becken nach oben ausatmen hier gehst du zurück mit dem Becken streckst die Waden durch Rückseite der Beine also strecke gleichzeitig die Beine und strecke die Arme die Arme streckst indem du die Matte nach vorne schiebst die Beine streckst indem du die Fersen runterdrückst Bauch atmen Ohr Planke in der Planke linke Seite Mitte nach rechts Füße aufeinander und der rechte Arm nach oben ein nach aus nach unten Ausgangsposition rechter Arm in der Mitte wenn es schwer ist Füße voreinander wenn es geht Füße aufeinander das ist ein bisschen schwieriger linke Arm nach oben Versuch die Position auch wenn es schwer ist bis zu Ende soweit wie der Körper macht Ausatmen Mitte hier ein Ausatmen Knie weit auseinander nach unten wieder hingesetzt die Arme gleiten vor links rechts in Wechsel nach vorne kommen Becken zurück ziehen soweit wie es geht Brustkorb Bauch tief runter auf 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 Katze hier zurück tauchen unten unten durch ganz weich der Brustkorb und Jürgensäule aus nach hinten gehen zum Brustkorb Rücken ganz rund unten vor ein und hoch und nach hinten ordentlich durchstrecken ein vor und aus zurück von hier zurück in den Hund einfach nach hinten gleiten Becken hoch Beine durchstecken drück die Fersen runter halte die Hand ganz flach sodass komplett die Fingerlänge prüfe die Finger die ganze Fingerlänge die ganze Handfläche den Boden berührt linker Fuß Mitte rechtes Bein hoch einatmen Knie zum Bauch ausatmen Schritt vor auf ein und auf zweimal in den Sprinter hier Becken tief ab und Kopf dafür hoch hinteres Bein durchstrecken voll durchatmen Ellbogen drauf höher Fersen auf eine Linie öffnen Arm runterziehen hoch und nach vorne strecken Adam magst du Wechsel dass du mit den Jungs gleich der vorderellbogen unten der andere Arm vor zu mir ja genau noch nach vorne zu mir und hier ein bisschen tiefer noch genau ein bisschen tiefer und mit dem Arm stärker nach vorne ziehen zurück unten abgestützt auf hoch Bein vor und rechtes Bein durchstrecken durch die Beuge und gucke dass du etwas kompakter stehst also dass das Knie nicht raus fällt aus der Linie dass die Arme nicht allzu weit raus fallen sondern Schultern runter und die Schulterblätter gehen nach unten und dann und entspanne die Knie auch wenn man sie dehnt auch wenn dieses Dehnungsgefühl dort entsteht langsam aber voll durchatmen nochmal entspannen und komme nach vorne raus wieder hier hoch hinten komplett die Fußsohle am Boden hier abstützen und auf das Becken ist hier halb offen halb zur Seite gedreht das ist die linke Hand die geht hinten in die Knie Kille links nach hinten vorne auch ruhig ein bisschen mehr anwinkeln und oben gehen wir rauf und machen nach hinten so einen Kreisbogen genau genau ein bisschen mehr nach vorne und Becken auf eine Linie mehr aufbauen öffnen die rechte Körperhälfte komplett auf ziehen hoch hoch vorne Knie nach nach vor wieder runter mehr mit Oberkörper arbeiten einatmen ausatmen einatmen aus nach unten Becken wieder geschlossen das heißt wieder nach vorne zurück gedreht beide Arme am Boden hinten das Knie am Boden atme hier ein aus runter auf die Unterarme und Ellbogen durchatmen hier intensiv Arbeit mit den Hüften den Hüftgelenken unter den Arm durch und den Arm nach vorne entspannen holen durch hat mein auch mehr entspannen Es ist so das könnt ihr selber mal vielleicht jetzt nicht sofort oder auch vielleicht nicht gleich in dieser selben Asana wahrnehmen wenn ihr in die Dehnung reinkommt widerstrebt der Körper so ein bisschen der möchte wieder heraus und die Muskeln es fühlt sich so an als würden die Muskeln zurückziehen aus der Pose heraus und so nach 20 30 Sekunden wenn man das nicht macht gibt die Muskulatur nach und wird weicher und dieses Dehn Gefühl wird auch ein bisschen einfacher zu halten zu überwinden und der Körper gibt die Bewegung frei dann das heißt man hat diese Muskelgruppen entspannt auf hoch Ausgangsposition Katze Ende Katze Knie zurück Arme fort und hier durchbiegen so dass das Becken spitz nach oben zeigt und bleibt genau hier gehst du mit dem mit der Stirn erstmal wenn es ausgeht mit dem Kinn auf dem Boden runter ein vor die Unterarme bleiben Bauchlage als nächstes die Kobra aber davor ausstrecken Ellbogen fort so quasi eine Vorbereitung linke rechte Seite nach vorne heraus ziehen ausatmen und dann zwei Varianten die einfachere wer die macht auf den Ellbogen die zweite wer sie gleich machen möchte dann auch den durchgestreckten Arm wenn das hier irgendwie zwickt oder zu schwierig ist bleibt bitte so auf den Unterarmen das ist auch schon ganz in Ordnung eine sehr gute Position und weil wir jetzt hier nur einen Durchgang haben dann sucht jeder bitte die passende für sich aus voll ausgestreckt oder abgestützt auf den Ellbogen und wir machen jetzt die Kompensation die Kompensation ist dass wir durch die Rückbeuge jetzt nach vorne beugen müssen das machen wir in der Uttanasana Füße gehen vor Beine senkrecht und nach unten runter der Oberkörper dass man die Rückseite die man jetzt gestaucht hat die streckt man jetzt und verlängert ausatmen etwas mehr noch tiefer auf einatmen zurück in die Planke links in der Mitte wieder nach rechts Arm hoch durchatmen es ist noch nicht die Endposition das ist quasi nur die Vorbereitung aber dass ihr schon hier solche Dinge mal macht dass wir weiterkommen dass wir dann auch kompliziertere Sachen miteinander ausführen hier atmest du ein ausatmen nach unten wechselst die Seite rechts in der Mitte Füße in der Mitte oder Füße übereinander linker Arm spitz nach oben einatmen höher ausatmen ab einatmen ausatmen die Knie am Boden Hände korrigiert weil die waren hier schräg nach vorne senkrecht einatmen Füße fest am Boden ausatmen herabschauen nach unten ein aus bringen die Schultern tiefer noch ein paar Millimeter Fersen tiefer ein paar Millimeter atmen durch rechts in der Mitte der Fuß linkes Bein hoch einatmen linkes Bein Schritt nach vorn ausatmen Sprinter und Kopf geht drauf Becken geht runter so dass du komplett durch die ganze Beinmuskulatur vorne Oberschenkel hinten das ganze Bein die Dehnung spürst volles durchatmen vollständiges ausatmen auf hinten Fuß am Boden vorne Ellbogen abgestützt links am Knie öffnen auf und schräge Linie hier zieht der Arm nach vorne genau hinten das Bein im Knie durchstrecken vorne tiefer runter mehr mehr nach vorne wenn es ausgeht genau maximal großer Stand gut Arm genau gesenkt ein hoch nach hinten unten ab hier Knie weich ab auf Ardha Trikonasana als nächstes hier Bein ausgestreckt hier so ein bisschen wieder sammeln nach oben rauskommen Kopf zieht hoch aus Beuge nach vorn entspanne die Ellbogen entspanne den Brustkorb entspanne das Becken die Wade mit 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 le kommen noch tiefer runter noch tiefer noch tiefer noch tiefer Ein Ohr, komm hoch, Händen, Fuß am Boden komplett, die Fußsohle hier aufgestützt, Händen, die Hand am Knie, in der Kniekehle oder am Oberschenkel fest, auf und Bogen nach hinten, sodass du die linke Seite komplett öffnest, genau, während es geht weiter vor, das vordere Knie, genau, hier nach hinten und ziehe hoch und zurück, sehr gut. Noch mehr nach hinten, und langsam vor, vorbeugen, links, rechts, die Hände am Boden, maximal langer Stand hinten, das am Boden, komm runter, dann so, dass auch die Unterarme abgesetzt sind. Und kontrolliere auch das Becken, dass das Becken nicht kippt nach rechts hier vor allem. Jetzt gebe ich noch mehr nach vorne an und komme noch tiefer runter. Langsam auf, sehr gut, A hoch, Fuß zurück, links gleich nach hinten, rechts nach vorne durchstrecken. Hier nur ganz kurz, nur bis auf die äußerste Länge herausbringen, die rechte Seite, langsam ab, bis auf die äußerste Länge, die linke Seite herausbringen. Maximales ausstrecken. Langsam ab, in der Balasana, die Kindpose, hier die Kompensation, hier einfach nach unten und entspannen. Wer möchte, kann natürlich auch mit den Händen weiter vorgehen und ein bisschen ausstrecken. Wer das nicht möchte, einfach liegen und entspannen. Allein schon hier, dadurch, dass der Rücken von oben drauf drückt, den Bauch näher an die Knie und Oberschenkel bringt, ist es so, dass die Rückenmuskeln sich verlängern und dort kompensieren, wo wir eigentlich verlängern und lockern möchten. Entspannen und dann auch auf dem Knie sitzen bleiben. Ich zeige euch die nächste Position, kommt bitte rauf. In der nächsten Position, die wird wahrscheinlich nicht jeder von der Beweglichkeit heraus schaffen können. Wir machen in der Position wieder Kapalabkhati und die wird so aussehen, dass wir so auf den Händen, das müsst ihr danach, ich zeige es euch erstmal, danach mitmachen, okay? Und dann hier im Kamil. Wer das nicht schafft, kann auch so stehen, das ist vereinfacht, okay? Dass man die Hände einfach hier hält, Kopf nach hinten kippt. Und zwar werde ich mit euch jetzt aus der Position, in der wir waren, ich zeige es euch nur und ihr schaut nochmal bitte. Wir setzen die Hände hier drauf auf die Ferse, kommen hier raus, kommen fort mit dem Becken ins Kamil. Wer das so auf diese Weise nicht schafft, drückt sich einfach hier hoch, geht auf und vereinfacht hier in diese Position, okay? Gut, für alle nochmal nach unten, entspannen. Voll ausatmen. Hände hinten auf die Ferse, ein hoch und Kamil. Und wenn du im Kamil bist, 10, 20 Mal Kapalabkhati. Voll ein. Hingesetzt, die Luft halten. Eingetmet halten. Wenn es nicht mehr geht, aus. Wechsel in den Schneidersitz. Um die Energie aufzubauen. Die ist ja um uns herum drin. Wir atmen nochmal ein. Halten ein. Wir atmen so viel Luft, wie es geht, in der Lunge. Und knicken das Kinn ab, hier nach unten. Und verschließen hier quasi diese Energie. Näher Ausfluss. Oder sperren, drücken die Energie nach unten in den Bauch, Richtung Verdauungsfeuer. Und entfachen so mehr das Verdauungsfeuer, okay? Indem wir hier schließen. Und man kann so viel länger die Luft anhalten. Also wenn man so die Luft anhält oder so, so ist es viel länger, okay? Weil da ein bestimmter Nähr abgeklemmt wird. Der ist nicht lebensnotwendig, aber der kontrolliert den Herzschlag. Wenn wir so die Luft anhalten, bekommen wir schnell einen höheren Puls, weil der Körper das nicht versteht. Der meint, der leidet unter Sauerstoffmangel. Aber im Yoga trainieren wir das bewusst, diesen Sauerstoffmangel zu erzeugen, damit das Blut im Nachhinein viel mehr Sauerstoff speichern kann, okay? Und dazu diese Bewegung, Jalandhara Bantra heißt sie auf Sanskrit, Kinn Richtung Brustkorb nach dem vollen Einatmen, okay? Ein. Ein. Schließen und solange es geht, halten. Durchatmen, Spannung. Der Atem ist ja bekanntlich Lebensenergie. Und im tibetischen Yoga heißt es, dass ein kleines Kind mehr einatmet, als es ausatmet, weil das Kind oder ein junges Leben ist, die Energie noch speichert, dieses Prana oder Chi, welches es uns umgibt. Und zum Alter hin atmen wir mehr aus, als wir einatmen. Also wir verlieren zum Alter hin das Prana und die Lebensenergie, bis sie dann eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Und es gibt Techniken, und wenn man alleine schon bewusst atmet und die Atmung ab und zu mal anhält nach dem Einatmen, damit der Körper die Zeit hat, dieses Prana zu absorbieren, aus der Luft aufzunehmen. Und das heißt, in dieser Lehre auch, dass man nicht vollständig ausatmen soll. Okay? Dass man immer so ein Drittel, ein Viertel vielleicht in die Lunge drin lässt und diese Energie, damit der Körper sie hat. Natürlich machen wir hier so auch intensives Ein-Ausatmen ständig, vor allem Kapala Pratikriya, das löst sehr viel nach außen, deshalb, um das wieder zu speichern, wieder fort einatmen, halten, okay, dieses Prinzip, nochmal, ein und Kinn, Brustkorb. Vielen Dank. Eine Minute, circa ganz ruhig atmen, entspannen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann Positionen, dazu bitte umdrehen und zuerst die Viparita Karani Mudra, die Beine senkrecht hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Inzählen. Reste, Hüfte, rechte, Oberschenkel. Linke, Hüfte, linke, Oberschenkel. 1. 2. 3. 3. 3. 4. Spannungsgericht Abonnieren Spannungsgericht und wieder rein. Und direkt an die Link an. Und Arne mit Eifbogen. Und die Oba Arne. Ich habe einen Kommentar. Ich mache ein paar Grimassen, wie wir alle Gesichtsmusseln oder so viele Gesichtsmusseln wie es gibt. Ich spanne die Zunge, die Wange, die Nase, die Augen. Ich spanne die Stirn. Ich spanne die Zunge. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.